Was soll es heißen? Sie können feige lang. Ich will spielen! Los! Abwechsteller! Du wach! Mann, mach wieder! Ich will ab in die Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Starte das! Spiel du nur im Sonnenkopf spielen! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Starte das verdammte Spiel! Alright, Leopold, I heard you. I was just about to go out and do some Christmas shopping. Now let me see your Christmas list. Es leht! Es leht! Ich will nicht dass es leht! Wenn es leht, dann muss man die Masse angewarten! Yes, Leopold. Your dad and I have been buying you presents. And also, there is no such thing as a Santa Claus who flies in a sleigh with reindeer and deliver presents. You are 16 years old, Leopold, and you should have learned that a long fucking time ago. Ich will spiel! Los! Ah, festgeller! So weit! So weit! Ja! Frisch das, du Unsohn! Mann, mach wieder! Ich will ab in die Tournament spielen! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will anruhig verspielen! Especially 400 presents is way too many. Especially, since you asked for everything you wanted on your list. Be thankful for what you're getting for Christmas. Positive denken. Einfach positive denken. Gleich geht's los, hier. Positive. Mann, mach wieder! Ich will ab in die Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Ja! Mann, mach wieder! Ich will ab in die Tournament spielen! Ich hab mich umgewacht! Ich hab mich umgewacht! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will anruhig verspielen! Ich will mich packen! Ich will mich packen! Ich will mich packen! Ich will mich packen! Ich werde dich einfach abknallen! Mit der Assault-Riffel! Ich werde dich einfach abknallen! Oh, ich war ruhig und so ein Schießt auf mich. Ich war ruhig und so ein Schießt auf mich. Ich war ruhig und so ein Schießt auf mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020